Der spirituelle Name Satyamurti Satyamurti ist ein spirituelle Name für Aspiranten mit abstraktem Mantra, zum Beispiel Om oder Soham. Satyamurti heißt Verkörperung der Wahrheit. Murti heißt Bild, Verkörperung, Symbol und Satya heißt Wahrheit. Wenn du Satyamurti heißt, dann soll es heißen, du bist die Verkörperung der göttlichen Wahrheit. Satyamurti ist typischerweise ein Männername, aber es könnte genauso auch ein Frauenname sein, denn Murti ist männlich oder weiblich, je nachdem, ob Sanskrit oder Hindi ist. Ich glaube, im Sanskrit ist Murti sogar weiblich, im Hindi ist es männlich. In jedem Fall ist es männlich oder weiblich und Satyamurti, Verkörperung der höchsten Wahrheit. Du weißt, in Wahrheit bist du das Selbst, das Brahman, die absolute Wahrheit und auf der physischen Ebene bist du nur die Verkörperung dieser Wahrheit und du willst auch das ganze Universum als Verkörperung der höchsten Wahrheit wahrnehmen, ehren und verehren.